Servus zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy of Heroes. Heute mit einer neuen galaktischen Herausforderung auf Tatooine gegen die Galaktische Republik mit unseren Tuskern. Wir spielen heute 3 und 3. Das ist gerade eben schon gespielt und es war ein reinstes Random-Fest. Wir spielen gegen die Galaktische Republik um Mace Windor, Yala Secura und Anakin. Und bei 3 und 3 ist es natürlich so, dass wir nicht so ganz so viele Tuskern zur Auswahl haben. Sprich, wir müssen einfach mit den drei spielen, die wir so im Spiel haben. Das heißt, der Tusken Schwan, der Tusken Räuber und der Ururur. Wir müssen aufgrund der Erfolge allerdings ohne einen Anführer im Anführer aus Lott spielen. Ich habe da einfach den Tusken Räuber reingesteckt. Er hat keine Anführerfähigkeit und den habe ich witzigerweise auf R5 Wege in einer Voraussetzung für Lord Vader. Das ist auch der einzige Grund, warum ich die Stufe 10 versucht habe überhaupt. Ansonsten hätte ich mich einfach von unten nach oben durchgekämpft, ebenso, weil es reicht. Meine Tusken sind, glaube ich, R9, R10, irgendwie sowas. Wie gesagt, bis auf der Tusken Räuber R5. Alle drei haben bei mir keine Mods gehabt. Das heißt, da musste ich einfach mal ganz kurz ein paar Mods draufhauen. Kann ich gleich zeigen im Video, was ich da drauf hatte. Man muss hier und da vielleicht ein bisschen auf ein paar Mod-Einzelheiten achten und dann einfach versuchen, dass am Anfang die Betäubungen durch den Uruhr mit seinem Basic funktionieren. Wenn das klappt, kommt man durch und wenn nicht, dann war es das im Grunde genommen. Wenn die Betäubungen anfangen, nicht klappen, dann würde ich eh restarten. Habe ich auch so gemacht. Hat eben, ja, fünf, sechs Mal gebraucht, bis Uruhr mit seinen knapp 100% Potency da durchgekommen ist und den Mace Windu, den Anakin irgendwie betäuben konnte. Die Anführerin, Riala würde ich einfach links liegen lassen. Die verreckt über die Schaden über Zeiteffekte. Eigentlich Anakin auch. Anakin sollte am besten kein AOE machen. Das wäre vom Zufallsgenerator her wirklich nett, wenn das nicht passieren würde. Ansonsten kann man strategisch nicht mehr wirklich viel sagen. Ich bin von der Strategie her einfach am Anfang auf Mace Windu gegangen. Hätte ich mich am Anfang auf Anakin gestürzt, hätte der Mace sofort getauntet. Und wenn der tauntet, dann kriegt er Vergeltung, haut mir jedes Mal Fähigkeitsvokate drauf und haut mir die schwachen Tusken raus. Deswegen habe ich erstmal versucht, als allererstes sofort Mace Windu zu betäuben. Wenn das geklappt hat, dann bin ich auf Anakin. Und mit dem Schamanen kann man debuffen. Insofern kann man das auch wieder runternehmen von Mace Windu. Aber ihr müsst eben dafür sorgen, dass er kaum so ein bisschen in die Länge gezogen wird. Deswegen setzt er gar nicht groß auf Angriffsstärke. Einfach nur auf Schutz und auf Effektivität und auf Gesundheit. Und wenn die Betäubungen klappen, dann gewinnt ihr den Kampf über die Schaden über Zeiteffekte. Weil wir nämlich den globalen Modifikator auf Tatooine haben, dass ihr am Anfang einer Runde jedes Mal Schaden über Zeit bekommt. Die Gegner natürlich auch, logischerweise wir auch. Wir können uns gegenheilen durch den Tusken Schamanen, die eben nicht die Galaktische Republik und deswegen verrecken die dann irgendwann. Strategisch lässt sich bei dem Kampf jetzt nicht mehr wirklich viel sagen. Ich zeige gleich den Kampf, ich zeige gleich das Video, wie ich da vorgegangen bin. Beziehungsweise, wo ich eben versucht habe, auf gut Glück, dass es auch so klappt. Wenn Anakin einfach dazwischen nicht betäubt werden kann, also ihr zum Beispiel Mace Windu betäuben könnt, aber Anakin nicht und der kommt durch und landet einen starken AOE und ihr habt einfach schwache Tusken, dann verliert ihr gleich mal dreimal die Tusken und werden gleich mal eure Gänsemarschstapel heruntergesetzt, das unser Modifikator ist und dann wird es ein bisschen eng werden. Deswegen hoffen, dass Anakin vielleicht nicht unbedingt sein AOE macht, falls er nicht betäubt wird. Wenn er betäubt wird, umso besser, ganz klar. Okay, wir gucken kurz über die Folge 3. Wir müssen in meinem vollen Team aus Tuskenanheiten spielen. Wie gesagt, drei Tusken haben wir, alle drei müssen eingesetzt werden. Wir müssen 15 Mal versuchen, Schaden über Zeit zu verursachen. Das ist kein Problem, das klappt irgendwie. Also das ist wirklich nicht das Thema. Auf die Aufgabe müsst ihr gar nicht achten. Kampf abschließend, logisch, und wir dürfen keinen Anführer in den Anführer-Slot stecken. Deswegen habe ich meinen R5 Tuskenräuber da reingesteckt. Beide Modifikationen, wie gesagt, Tatooine, Dünen, Sandsturm. Wir bekommen am Anfang der Runde alle Einheiten bis zur Ausschaltung Schaden über Zeit. Und da müssen wir eben den Tusken-Schamanen ein bisschen öfters einsetzen. Vielleicht nicht gleich am Anfang, sobald wir diesen ersten kleinen Debuff haben, sondern vielleicht erst in der zweiten Runde. Damit willst du ein bisschen aufheben, seine Spezialfähigkeit. Das ist vielleicht noch etwas, wo man ein bisschen drauf achten kann, aber ansonsten lässt sich da nicht viel strategisch ausrichten. Man muss einfach ein Stück weit Glück haben, so blöd es klingt. Wüstenhinterhalt, wie gesagt, wir haben am Anfang diese 5-Stapel-Gänse-Marsch und das bedeutet, wir werden mit 100% gesündeten Schutz wiederbelebt. Ohne diese 5-Stapel-Gänse-Marsch hätte es die heutige galaktische Herausforderung knicken können. Das hätte nicht funktioniert, um ehrlich zu sein. Und wir haben ein bisschen mehr kritischen Schaden. Und zu Beginn des Kampfes hält der verwendete Tusken-Anführer 100% Zugleiste. Jetzt haben wir den Tusken-Räuber drin. Der hat nicht wirklich eine Anführerfähigkeit und seine Spezialfähigkeit ist auch nicht so der Burner. Aber er kann niemanden rufen mit seiner Spezialfähigkeit. Und da hoffen wir natürlich, dass er den Urur ruft, weil der auf den Basic betäuben kann. Der soll nicht den Tusken-Schamanen rufen. Ist auch wieder so ein Random-Zeugs. Standard der Vergeltung der Modifikator der Galaktischen Republik. Er leitet einen Galaktischen Republik, verbedeilt dadurch einen Gegner Schaden, füllt diesen Gegner echten Schaden in Höhe von 100% des Schadens zu. Ätzend. Wer hat diese Fähigkeit verursacht, Schaden hört sich jedes Mal. Also, ganz klar kennen wir schon den blöden Modifikator der Galaktischen Republik. Das heißt, wir wollen im Grunde genommen langsam sein. Wir wollen viel Schutz, viel Gesundheit haben, viel Effektivität haben. Und wir wollen eigentlich gar nicht so viel Schaden auf die verursachen, sondern der Modifikator Dünen-Sandsturm soll eigentlich uns den Sieg bringen. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein. Und ich zeige mal kurz was zu den Mods. Wie gesagt, Tusken-Krauber hatte bei mir aber keine Mods. Er hat jetzt 280 Speed und viel Effektivität, weil er auf dem Basic Zugleiste entfernen kann. Bei ihm habe ich unter anderem auch auf dem Fall Tempo rausgenommen und Schutz reingesetzt. Und ich habe ihm einfach meine Pastellerschrank vor allen Mods gegeben. Guckt einfach, ob ihr gute Effektivitätsmods habt. Vielleicht auf C3PO, vielleicht auf Modern Shade, vielleicht auf Pastellerschrank. Die kurz rüber switchen auf den Tusken-Krauber, damit er einfach mit dem Basic Zugleiste entfernen kann. Hier und da ganz nützlich, aber wie gesagt, Urua mit dem Basic betreiben ist viel, viel wichtiger. Dann hier kurz Urua. Wie gesehen, das ist von der Gierstufe her nicht wirklich gut. 16.000 Gesundheit, 34.000 Schutz. Ihm habe ich einfach nur Effektivität, Schutz und Gesundheit gegeben. Mehr hat er nicht. 214 Speed ist eine Katastrophe. Aber er ist halt auch eine relativ niedliche Gierstufe. Genauso wie der Tusken, Schamane, nur 200 Speed, viel Schutz, viel Gesundheit. Auch auf dem Pfeil zeige ich gerade hier. Das heißt, da ist der Speed völlig irrelevant. Wir wollen eigentlich auch gar keinen Speed haben. Wir wollen, dass die Schaden über Zeiteffekte die Möglichkeit bekommen, auch so viel wie möglich auf den Gegner zu sitzen. Insofern, da braucht ihr nicht wirklich drauf achten. Ihr könnt natürlich auch brutal auf Speed gehen. Aber ich finde es nicht so wirklich. Denn wir bekommen am Anfang immer Schaden über Zeit. Deswegen finde ich den Speed hier nicht ganz so von Vorteil. Ich habe auf den Pfeilen jedes Mal Schutz drauf gesetzt und den Tempo rausgeholt. Okay, dann würde ich vorschlagen, wie ihr sehen könnt, R5, Tusken, Urua, G10 und G11 beim Tusken, Schamane, alle 85. Der Tusken, Schamane, Urua, war bei mir nur, glaube ich, 70, Level 70 oder so. Die habe ich jetzt halt für die 3 und 3 galaktische Herausforderung mal kurzerhand auf Level 85 gebracht. Weil ich mir dachte, ich habe eh die Credits. Und wenn ich schon einen R5 Tusken-Räuber habe, dann könnte ich zumindest Stufe 10 zumindest angreifen, mal versuchen und ja, es geht. Also es ist wirklich machbar. Wir haben halt ein bisschen Glück, dass die Betäubungen klappen und dann passt es. Wie gesagt, ich habe es vorhin kurz erklärt, ich bin am Anfang nicht so weit auf Anakin gegangen. Ich bin erst mal auf Mace Windu, damit der nicht anfängt zu taunten und erst im zweiten Zug bin ich auf Anakin. Bis dann hat gesessen, hervorragend. Auch hier wieder jemand rufen und hoffen, dass nicht der Schamane gerufen wird. Wird in dem Fall. Die sind ein bisschen blöd. Aber nun gut, Zugleiste erhöhen, wieder das Special von Urua. Debuffen wir Mace Windu und jetzt versuchen wir natürlich zu betäuben. Jetzt hat der zweite Betäubungsversuch auch geklappt vom Urua. Und das war halt ein riesen, riesen Vorteil. Dann, dass die Buffen durch den Thürsten Schamanen zur richtigen Zeit verwenden und auch wieder hoffen, dass einfach die knapp 100% Effektivität auf Urua ausreichen, damit auch der Stun landet. Aber wie gesagt, wir spielen auf Zeit. Eigentlich, wie ihr sehen könnt, machen die Schaden über Zeiteffekte den Sieg aus und nicht unsere Schaden. Insofern einfach hoffen, dass es durchgeht mit der Betäubung, dass die 100% Effektivität auf Urua ausreichen und dass unsere 5 Stapel Gänsemarsch zumindest bis zum Ende des Kampfes ausreichen. Weil hier Sekura hat schon 18 Stapel Schaden bezahlt und wir debuffen uns ja die ganze Zeit, obwohl wir viel weniger gesundet haben. Aber es reicht also. Und da muss man einfach sagen, das hat nichts mehr wirklich mit Strategie zu tun. Das ist halt brutales Glück, ob die Betäubungen klappen oder nicht. Man kann einen Einfluss drauf nehmen mit der Effektivität. Man kann da ein bisschen spielen. Falls ihr jetzt keinen R5-Turstenräuber habt und nur G10, dann kann es trotzdem klappen. Also überhaupt nicht falsch verstehen. Das kann sehr, sehr wohl klappen. Ihr könnt da wirklich sehr gut durchkommen, auch mit einem schwächeren Turstenräuber. Denn ihr habt ja gesehen, ich habe in der Tat nur einen G10 und G11-Schamanen und Ruhr. Also das kann schon klappen. Da jetzt nicht wirklich aufgeben. Aber ich würde halt klein anfangen. Macht halt mal mit euren, keine Ahnung, mit euren G9-Tusken halt mal hier die Stufe 6 und dann Stufe 7 und dann versucht euch halt hochzukämpfen. Wenn ihr die Aufgabe mit den reinen Tusken hier nicht schafft, dann könnt ihr den Rest ja immer noch schaffen. Schaden über Zeit können so viele Leute verursachen. Vampa, Vader, das können so viele Leute Schaden über Zeit verursachen. Also 15 Mal ist ja auch nicht viel. Also das sollte wirklich nicht das Thema sein, da irgendwie drei halbwegs starke Leute zusammenzukriegen. Ihr könnt ja auch Vampa, Vader plus Vatambor nehmen zum Beispiel. Und der Tank-Tag dient ja dazu, dass immer Debuffs entfernt werden. Da kann er ja im Grunde noch nicht sterben. Und dann kommt er da eigentlich ganz gut durch, mit 15 Mal Schaden über Zeit zu setzen. Kampf abschließend sowieso kein Thema. Irgendwelche drei starken Leute werdet ihr auf der Lage haben. Und ganz klar, wenn ihr Vampa jetzt im Lead habt und nicht unbedingt Vader, dann ist das auch kein Thema. Vampa hat keine Liederfähigkeit. Oder was haben wir die Liederfähigkeit und Vampa und Vader dahinter stecken. Also Schaden über Zeit ist echt nicht das Thema. Da gibt es so viele Leute da drin, die Schaden über Zeit setzen können. Darauf baut es ja alles auf. Und dieses Befreit da unten. Ja, einfach kurz darauf achten, dass kein Anführungsplatz steckt. Und dann sollte es eigentlich gut machbar sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ging dann doch, indem ich ein bisschen mehr bei Ruhe auf die Effektivität geachtet habe. Okay, dann machst du das eigentlich auch schon für heute. Mit heutigen Galaxian-Ausforderungen. Und wir hören uns bald wieder. Servus.